Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 20.06.2024 und unser DAX, ja, man sieht die Bullen und Bären nun gleich gar nicht mehr. Mittwoch war hier Totose, US-Feiertag hat uns nicht mehr hängen lassen, ist man von US-Feiertagen gewöhnt, dennoch ist es manchmal nicht förderlich zu unterstellen, dass an einem US-Feiertag komplett gar nichts passiert, denn wir haben schon viele Feiertage gesehen, da ist Vormittag richtig randaler gewesen, deswegen war es erstmal nicht verkehrt, sich Gedanken zu machen auf der Oberseite, Unterseite. Wir haben uns darüber unterhalten mit dem Tagschutz, dass wir mit den Tacken zu tief waren, ich hätte ihn gerne über 2.20 gehabt, wir hatten aber gesagt, wir würden ihm nochmal ein Auge zudrücken, weil er sich ja eben auch über der 1880, 1860 gehalten hat, damit erstmal nach unten raus keine Abbruchbedingungen erfüllt wurde und er das vielleicht jetzt noch nachholen kann, aber er hat das jetzt auch nicht nachgeholt und jetzt ist dann schon Mittwoch, erinnern wir uns an das, was wir am Freitag bzw. am Wochenende eigentlich so für die ersten drei Handelstage sehen wollten, war das eine Erholung in die 18.300 rein, denn wir haben eine Erholung gesehen, wir sind auch von 18.000 ein gutes Stück hochgekommen bis an die 2.20 ran, sind nun aber doch mir deutlich in die Knie gegangen. So, und jetzt wird es zum Donnerstag spannend, hier dürfte jetzt wieder Bewegung reinkommen, weil eben auch der große Verfall eben ansteht am Freitag. In der Regel sieht man, dass am Donnerstag die große Bewegung dann stattfindet, die dann ja verfallstags geschuldet ist und der Freitag sich dann meistens eher auskoppelt und gar nicht mehr so richtig verfallstagsgetrieben wirkt. Da sind es oft die Donnerstage, die da ganz schön rütteln können. Wenn ich das jetzt hier so sehe, könnte ich mit unserer Kästchenmethode hier erstmal nochmal sagen, wenn er denn tatsächlich positiv reinkommt und nochmal einen Anlauf nimmt, weil er ist ja noch immer nicht unter unsere 18.80, 18.60 darunter gefallen, er hält das noch immer, könnte er nochmal versuchen, so ein Kästchen nach oben wegzutreten. Gelingt ihm das, gibt das sogar genau Platz bis 300, ja, das heißt, wenn es dem Donnerstag gelingt, hier sich oberhalb von 18.100 zu halten und zu etablieren, dann würde ich damit rechnen, dass er nochmal probiert, die 18.150 rauszunehmen und so ab Stundenstoß über 18.150 könnte man dann eigentlich schon fast einplanen, dass er Richtung 18.220 und auch 18.300 nochmal versucht anzugreifen. Dort angekommen wäre natürlich aufgrund der Trägheit der aktuellen Bewegung vermutlich erstmal mit zu rechnen, dass das abverkauft wird und dann wird es interessant, wie das abverkauft wird, weil das ist die maßgeblich dynamische Bewegung, das ist eher korrektiv zur Seite geschiebe. Da kann halt auch sein, dass dann wirklich hier nochmal versucht wird, diese Dynamik, diese Abwärtswelle aufzugreifen und den von hier oben nochmal nach unten zu treten und das mit brachialer Gewalt und wenn wir das sehen, sollten wir dann einplanen, dass das auch unter 18.60 dann zurückgehen kann, also auch von, selbst wenn der 18.300 erreicht im Donnerstag und die fangen dann wirklich richtig an zu schnauben, die Amis, wäre das auch denkbar, dass sie den dann nochmal Richtung, also unter die 18.000 sogar runterprügeln halt. Das sollte man ein bisschen vor Augen haben, hängt aber wirklich davon ab, wie die Dynamik sich verlagert einfach, dass wenn der dann bloß ruhig und cool bleibt, kann er oben raus, setzt allerdings überhaupt erstmal voraus, dass er über 18.100 wieder handelt und nach oben treibt, tut er das nämlich nicht und kippt abwärts, wird er auch so in diese Bewegungswelle wieder reinsteigen und dann kennen wir die Ziele, dass es dann erstmal unter die 18.000 runter und dann der Bereich hier 17.920, 17.880 und das offene geht bei 17.27, das wäre dann erreichbar, allerdings dann auch erstmal wieder Reaktionsmarke nach oben. und ja, wenn die Dynamik auf die Unterseite kommt und er bleibt unter 18.100. Genau hinschauen bei der 18.000, 17.008, 17.080 hier, ja da kommen jetzt hier die zwei Trendlinien aufeinander, da kommt das alte Tief übereinander. Sollte der sich dort festketten und stehen bleiben, kann das da drauf hindeuten, dass er zum Verfall einfach versucht wird, auf der 18.000 ein bisschen festzuhalten. sowas haben wir an anderer Stelle auch schon öfter mal gesehen, deswegen erwartet dann vielleicht nicht zu viel. Ja, wenn ihr seht, da kommt keine Dynamik rein, gerade wenn er sich so bewegt, wie das jetzt am Mittwoch war, tut es manchmal, also hilft es, wenn man einfach auch ein bisschen die Erwartungen runterschraubt, dann halt, wir haben jetzt hier gesprochen von 300 und wieder zurück, unter die 18.000 viel Bewegung, viel Volatilität, was ja typisch für eine große Verfallswoche ist. Was wir hier jetzt sehen, das ist der Montag, das ist der Dienstag, das ist der Mittwoch, ist für eine große Verfallswoche schon wirklich untypisch geringe Volatilität. Also entweder war es jetzt die Ruhe vom Sturm, ja es war US-Feiertag, ich weiß es, aber es ist Verfallswoche, es ist einfach Verfallswoche. Entweder war das jetzt die Ruhe vom Sturm und es knallt jetzt Donnerstag, Freitag richtig, so wie wir es eingangs der Woche am Wochenende ja sogar erwartet hatten, oder die bleibt jetzt hier stehen und wenn er im Bewegungsverhalten von dem Mittwoch so stehen bleibt und das erstmal macht, ich glaube, das wird sich mit klären, dann soll er da weiter zur Seite rumeiern und machen, wie er das für richtig hält, aber ja. Also, kurz zusammengefasst, über 18.100, kriegt man Chance auf 18.150, kriegt man da einen Stundenschluss drüber, kann er 18.220 und 18.300 erreichen, bleibt unter 18.100, eher das Risiko hin, nochmal sich mit einer 17.980 auseinanderzusetzen, entweder dort zur Seite oder direkt durch, wenn direkt durch, dann 17.880, 17.800 und 17.27 erreichbar. Und ich denke, damit können wir den Donnerstag auch abhaken und wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.